Das Thema KI scheint für kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, tatsächlich etwas zu sein, was sie stark interessiert, aber irgendwie unklar ist, wo und wie sie damit anfangen wollen und sollen. Und deswegen habe ich heute eine Expertin und jemand, die wirklich nah an den Unternehmen ist, nämlich Amo Rademacher zu Gast. Sie ist Geschäftsführerin des Netzwerks OWL Maschinenbau, das heißt im täglichen Austausch mit Maschinenbauunternehmen in der Region und freue mich auf das Gespräch mit ihr. Hallo! Herzlich willkommen. Ja, schön, dass du heute Zeit hast, dass wir einmal darüber sprechen, gar nicht so sehr über die Technologie-KI in der Tiefe, sondern tatsächlich, wie geht man eigentlich damit um, wenn man jetzt ein Maschinen-Anlagenbauunternehmen ist oder ein kleines Unternehmen, was jetzt nicht im Bereich KI spezialisiert ist und vielleicht auch noch gar keine Berührungspunkte hat und vielleicht traditionell sich alleine schon mit dem Thema Softwareentwicklung nicht ganz so leicht tut. Und da hast du viele Gespräche sicherlich in den letzten Wochen und Monaten geführt. Vielleicht kannst du uns am Anfang einmal so kurz abholen. Was sind so die Themen oder vielleicht auch die Chancen und Ängste, die du spürst bei den Unternehmen aktuell, wenn du mit denen sprichst? Ja, also ich merke vor allen Dingen am Anfang, und das finde ich das Tollste eigentlich, dass da ganz viel Neugier da ist. Also ganz viele Unternehmen, ob groß, ob klein, sagen, boah spannend, da wird viel für uns passieren, da werden wir viel mitmachen können. Und dann kommt, aber wo sollen wir jetzt anfangen? Ich glaube, das merkt jeder, der so auf das Thema KI guckt und vielleicht nicht sich den ganzen Tag damit hauptberuflich beschäftigt, dass man das Gefühl hat, es wird ein riesengroßer Blumenstrauß an Möglichkeiten möglich. Und man kann sich ganz, ganz, ganz viele Szenarien vorstellen, wo KI total spannend sein könnte im Unternehmen. Und das macht es natürlich dann schwierig, weil man sich überlegen muss, wo fange ich an, wie mache ich das strategisch, an welchen Stellen lohnt sich das jetzt schon für mich und wo auch nicht. Und genau, ich glaube, da ist es dann sinnvoll, dass man da genau überlegt, wie man es macht. Ja, definitiv. Und die Unternehmen fragen sich das natürlich sicherlich auch aufgrund der Wettbewerbsfähigkeit, also durch KI oder sie damit auch zu steigern. Hast du, kennst du schon Beispiele oder irgendwas, wo du sagst, da sind Unternehmen eigentlich schon ganz gut unterwegs oder sie versuchen es zumindest an der einen oder anderen Stelle, das tatsächlich in ihren Produktivbetrieb schon reinzubekommen? Weil wir reden ja in dem Fall jetzt nicht wie ein Forschungsinstitut vielleicht über Demonstratoren oder über erste Applikationen und man probiert es mal aus. Das muss ja dann tatsächlich auch dazu führen, dass das Unternehmen damit erfolgreicher ist. Kennst du einen oder kannst du uns ein, zwei Use Cases vielleicht sogar nennen? Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja ganz, wie wir ja gerade schon gesagt haben, ganz viele unterschiedliche Arten von KI. Ich habe jetzt von einem Unternehmen gehört, die tatsächlich ihren Vertrieb neu aufgestellt haben und dann wirklich ihre Mailinglisten anders gemacht haben und die die Akquise anders aufgestellt haben. Das fand ich spannend. Also die haben sich auch ein junges Startup dazu geholt, die gesagt haben, wir zeigen euch das mal. Das ist eher dann so auf so einer vertrieblichen Ebene, wo man die generative Karriere ganz gut benutzen kann. Und dann gibt es aber auch welche, die ich kenne, die einfach auch viel mit Bilderkennung zum Beispiel arbeiten in der Produktion, die dann Fehler versuchen auszusortieren oder in der Produktion oder so, wo ich auch weiß, dass die das schon unheimlich lange machen. Also das ist ja jetzt nicht so, als gäbe es das erst gestern, sondern die gibt es ja schon so lange. Ja, definitiv. Das, was jetzt so den Hype ausmacht, der glaube ich schon definitiv da ist, ist dann natürlich das Thema Generative AI, wo man einfach mit der KI Dinge generieren kann, was man vorher halt so nicht kannte. Man hat es vorher zur Analyse vielleicht von Bilddaten genommen, aber nicht, um damit vielleicht neue Bilddaten oder gar Marketing, Werbematerialien automatisiert zu generieren und ganze Workflows neu zu gestalten. Und damit tun sich, glaube ich, die Unternehmen schwer, weil man, sie kriegt man mit. Sprachmodelle, alle reden darüber. Aber ich war neulich bei einem Vortrag und dann hatte ich über LLMs gesprochen und dann wüsste wirklich keiner darüber sprach, weil ich nicht über den Begriff des Sprachmodells nicht benutze, sondern einfach nur immer vom LLM, Large Language Model, gesprochen. Das fand ich sehr interessant, dass da schon eine gewisse Desinformation noch vorherrscht. Ja, genau. Es ist auch total schwierig. Was macht ihr im Netzwerk, um, ich sage jetzt mal, alleine bei diesem Thema informieren und auch sensibilisieren, weil nicht alle sind schon, glaube ich, meiner Meinung nach so sensibilisiert, dass das Thema so graviert ist. Zumindest auch mein Eindruck, wenn ich zum Beispiel mit dem Keynote fertig bin, habe ich immer das Gefühl, die sind alle irgendwie total geplättet gerade. Und dann merke ich, okay, offensichtlich waren viele Sachen einfach noch nicht klar genug. Also ich glaube, dass gerade durch diese generative KI die Chance, dass Menschen, die sich nicht so tief damit beschäftigt haben, das auch einfach nutzen können, indem sie eine Frage stellen. Prompts lernen geht relativ fix, finde ich. Die können dann ja schnell Dinge umsetzen. Und wenn man perspektivisch guckt, zu sagen, okay, vielleicht ist es irgendwann soweit und ich weiß ja auch, dass daran schon geforscht wird, dass man einfach dem Roboter sagen kann, bitte greif ein bisschen weiter nach rechts und das nicht einprogrammieren muss, weil man es einfach gekoppelt hat, die unterschiedlichen Möglichkeiten der KI. Da wird es dann, glaube ich, wirklich spannend, weil du musst dann einfach nicht das studiert haben. Du musst dadurch nicht in die Tiefe, musst nicht Roboter programmieren können, sondern du kannst einfach tolle technische Möglichkeiten koppeln. Und ich glaube, deswegen ist es dann vielleicht auch völlig egal, ob das jetzt LLM heißt oder irgendwie heißt. Hauptsache ich weiß, wie ich es anwenden kann. Vielleicht für den Endnutzer. Du hattest gefragt, was wir machen. Wir machen, also unser Grundansatz ist immer, am besten lernt man zusammen und gemeinsam wird man am stärksten. Und deswegen ist Geschichten erzählen. Wie macht ihr das? Wie fangt ihr an? Das Aller, Allerwichtigste für uns immer. Und wir haben jetzt diverse Austauschreihen dazu schon gemacht. Und da war völlig klar, die große Frage ist, wie fangen wir an? Wie sollen wir das machen? Und wir haben jetzt schon mit ein paar kleineren Unternehmen gesprochen, die gesagt haben, eigentlich würden wir gerne eine KI-Strategie aufsetzen. Die jetzt schon erzählen, wir probieren ein bisschen, aber wir sind uns auch unsicher, aufgrund von den neuen Regularien auch, die sagen, wie soll ich das jetzt eigentlich machen? Und da haben wir aber gemerkt, auch für denen ist das allein eigentlich zu groß. Und jetzt überlegen wir, ob wir mit fünf, sechs zusammen sagen, vielleicht holen wir uns eine Beratung von außen rein und wir gehen einen Weg mit denen, dass die eine Strategie finden können, an welchen Stellen ist es sinnvoll. Ich finde, wir haben früher ja auch viele mal über Predictive Maintenance und digitale Zwillinge und so gesprochen, tun wir immer noch. Und es war aber auch immer schon klar, dass nicht für jedes Unternehmen Predictive Maintenance irgendwie die Heißlösung ist. Das brauchte man halt nicht unbedingt. Für alle und für andere eben ist es schon eine gute Idee. Und da, glaube ich, muss man sich genau überlegen, was passt für wen. Heißt aber auch, im Prinzip kann man jedem empfehlen, auch in Partnerschaften oder in Kooperationen zu denken. Gerade bei so einem Themenfeld, was ja an manchen Stellen irgendwie neu ist, irgendwie Neuland, auf der anderen Seite eben eine unglaubliche Dynamik hat und auch schon unglaublich viele Lösungen da ist. Das darf man ja nicht vergessen. Also die Dynamik ist ja, der Hype ist entstanden dadurch, dass tatsächlich viel gerade passiert. Viele nutzen diese Technologien und bauen Lösungen. Vielleicht nicht gerade für den Maschinenanlagenbau um die Ecke, aber man kann das natürlich relativ einfach adaptieren und suchen, dokumentieren. All diese Dinge passieren ja in jedem Unternehmen, ob ich am Ende eine Maschine fertig oder Joghurt produziere. Die Prozesse sind an vier Stellen ja sehr ähnlich. Deswegen ist es ganz wichtig. Welche Rolle spielen in eurem Netzwerk Forschungsinstitute? Riesengroße Rolle. Wir brauchen Forschungsinstitute unbedingt, damit die ihre Expertise mit einbringen, damit die vielleicht in kleinen Pilotprojekten mit den Unternehmen Dinge schon mal ausprobieren, die Visionen aufzeigen, die Vorträge halten, die aber auch, wie gesagt, wirklich einfach auch Projekte mit den Unternehmen machen. Das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen Startups, die einfach ihre Lösungen anbieten und sagen, komm, wir probieren das mal aus. Wir brauchen einen Kunden, der mit uns anfängt, einen Pilotkunden. Wir brauchen eigentlich das ganze Ökosystem. Und das finde ich ja irgendwie, dass das hier in der Region gut eingespielt ist und man da schon merkt, das funktioniert einfach, weil man sich auch traut, dann zu sagen, ja, hallo, liebes Fraunhofer IEM, ich würde gern mit euch was machen, aber meine Daten sind echt ganz furchtbar schlecht. Und man weiß, dass das geht, dass dann nicht gleich irgendwie gesagt wird, ja, ja, komm, dann hau er bloß ab, sondern man weiß, man kann da miteinander reden und Lösungen finden. Und ich glaube, das ist irgendwie das Geheimnis. Und also gerade bei so einer Geschichte wie KI jetzt, wo wir alle eine Idee haben, wohin das führen könnte. Die einen eine bessere Idee als die anderen. Aber es ist ja trotzdem, weiß ja keiner, wohin das führt. So, man kann es einfach nicht wissen. Werde ich in meinem Leben noch erleben, dass ein Roboter komplett alleine in irgendeinem Winkel im weiten Haus bauen kann? Vielleicht nicht, aber vielleicht auch schon. Keine Ahnung. So, ne? Weiß auch keiner. Vielleicht kann ich mal sagen, was du denkst. Das weiß. Also momentan ist das ja, wenn man sich das jetzt tatsächlich mal so anschaut, wie sich die gesamte Entwicklung gerade bewegt, dann kann man nur eines sagen, wir befinden uns so in einem Wendepunkt. Also wenn man sich noch so an die Mathematik der 11., 12. Klasse erinnern kann, dann weiß man, jetzt kann es nach links oder nach rechts gehen. Mehr weiß man auch nicht. Genau. Und ich finde halt deswegen, das war genau das, was ich meinte. In so einer Situation, wo du so drauf, also in so einer Situation musst du möglichst viel Wissen in einen Topf schmeißen. Und sagen, das habe ich erfahren, das habe ich erfahren, das war für mich gut, das war für mich gut. Und dann wirst du zumindest klüger. Du wirst nicht allwissend, aber du wirst auf jeden Fall klügere Entscheidungen treffen. Und viele Fehler vielleicht nicht machen müssen. Ja, definitiv. Und eins ist ja auch klar, da sehen wir selbst in der Forschung, wo man früher, ich sage jetzt mal, Paper gelesen, auf Konferenzen gegangen ist, das war ja auch schon schnell. Und man doch schnell an Informationen gekommen ist und auch viele neue Informationen letztlich bekommen hat. Aber das ist ja mittlerweile schon verlangsamt im Vergleich zu dem, dass ich die neuesten Sachen in den sozialen Plattformen finde. Von irgendjemandem. Also gar nicht aus der Wissenschaft zum Teil, sondern von irgendjemandem. Ich weiß nicht immer, ob das Startups sind oder Einzelpersonen, ob das Schülergruppen sind. Das kannst du gar nicht mehr nachvollziehen, die gerade irgendwas posten. Ich habe neulich was zum Thema Robotik gesehen, wo die Wäsche zusammenlegen, was wir vor zehn Jahren echt uns die Zähne daran ausgebissen haben, hier bei uns im Labor. Wie legen wir Bettlaken zusammen, automatisiert, wo es jetzt eine Robotiklösung gibt. Und das zeigt einfach genau die Chance, dass man tatsächlich viel machen kann, ohne unbedingt 20 Jahre lang führend auf dem Themengebiet der KI geforscht zu haben und trotzdem relativ schnell Lösungen hinzubekommen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist das Netzwerk meiner Meinung nach da ganz entscheidend, weil ich kenne kein, zumindest kein kleineres, mittleres Unternehmen, was jetzt irgendwie zwei Leute abstellen kann, die ganz durch die sozialen Plattformen gucken und sagen, was gibt es denn für neuestes Zeug im Kontext KI. Und tatsächlich ist es dann gut, dass man Partner hat, Institute oder auch Netzwerke, die zusammenhalten. Ja. Jetzt sind wir beide ja Netzwerkmanager. Ja. Und du praktisch für den gesamten Maschinenbau der Region. Bei uns ist es ja als ITZUWL dann sehr stark auf das mehr technologisch getrieben und projekttechnisch getrieben. Und jetzt hast du es so schön gesagt, in der Region sind wir da ganz gut aufgestellt. Jetzt haben wir natürlich auch ein tolles Startup-Center und tolle Kooperationskultur. Du bist aber sicherlich auch woanders in Deutschland unterwegs und guckst dir auch nur Vergleiche an. Ich ja selber auch. Was sind so die Punkte oder auch die Learnings, die wir vielleicht auch noch von anderen Regionen vielleicht in dem Kontext lernen können, gerade im Kontext KI. Was hat man vielleicht woanders gesehen und neue Ideen? Man wird ja, wenn alle mal sagen, ich kriege das immer so mit, auch wenn ich unterwegs bin und OWL, das ist alles so toll, wenn es ums Netzwerk geht. Aber dann, das führt ja nicht gerade darum, dass man es verbessert, sondern dann wird man sich vielleicht auch darauf aus. Was sind so Dinge, die du wirklich so als Netzwerk und Netzwerkerinnen so sehen würdest? Was könnten wir noch besser machen, was würdest du dir noch mehr wünschen? Also ich würde mir tatsächlich als allererstes wünschen, dass wir öfter über den Tellerrand gucken. Also, dass man wirklich mal losfährt und sagt, komm, wir gucken uns mal was an. Dass wir wirklich sagen, komm, wir machen mal eine Unternehmerreise irgendwo hin und schauen uns das wirklich nochmal vor Ort an, wie andere in Gesellschaften auch mit dem Thema umgehen. Also das ist ja auch irgendwie ein sehr zu Tode gerittenes Argument, was aber einfach 100 Prozent stimmt, dass wir mit der Digitalisierung an vielen Stellen wirklich hinterher hängen. Und man auch sagen muss ja, okay, jetzt können wir viel über KI reden, aber vielleicht fangen wir erstmal an das Faxgerät abzuschaffen, wobei das ja auch Vorteile hat. Aber also vom Grundsatz her. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir da manchmal offener sind, ein bisschen mutiger sind, tatsächlich auch sagen, komm, das probieren wir jetzt mal auf. Du meinst weniger Ostwestfälisch, oder? Darf ich aber nicht so laut sagen. Ich darf sagen, ich bin kein Ostwestfaler, aber ich sage das ganz offen. Weil tatsächlich ist man ja hier, also man braucht ja so eine gewisse Zeit im Privaten als auch im Beruflichen. Und das ist natürlich so ein Netzwerk schon auch, gerade im Maschinenanbau, bis man das Eis gebrochen hat, da vergehen nicht Tage, sondern schon ein paar längere Zeiträume. Dann ist das natürlich schwer gut belastbar, diese Beziehung, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist definitiv so. Aber tatsächlich bei so einem hochdynamischen Thema ist es natürlich schwierig, wenn man sagt, man möchte jemanden wachrütteln, auch schnell. Und das ist wirklich eine große Dynamik dahinter. Und das sieht man ja auch immer wieder. Ja, genau. Und da dann auch wirklich so offen darauf zuzugehen und zu sagen, komm, wir probieren das im Unternehmen mal auch aus. Wie gesagt, ich habe immer eine riesenhohe Hochachtung vor Unternehmen, die es seit 100, 150 Jahren gibt. Die können nicht alles falsch gemacht haben, wenn es die jetzt erfolgreich gibt. Und es ist auch total richtig, nicht jeden Trend sofort mitzurennen, finde ich immer. Und trotzdem finde ich gerade beim KI-Bereich, wo man auch merkt, das wird alle Lebensbereiche betreffen. Jeder Mensch wird das haben, nutzen, wie auch immer. Da zu sagen, komm, wir machen das als gesamtes Unternehmen, als gesamte Region, dass wir uns überlegen, an welchen Stellen können wir Dinge schon probieren, Leute mitzunehmen, zu sagen, komm, ich weiß von einem Unternehmen, die so KI-Cafés für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeboten haben. Und gesagt, komm, wir üben das jetzt mal. Wie schreibt man einen Prompt? Erstmal, was ist das überhaupt? Und das fand ich total klasse, dass man sagt, komm, das machen wir mal und können dann gemeinsam halt schneller vielleicht auch auf Ideen kommen, auf die wir jetzt gar nicht kommen würden. Oder ihr seid so tief im Forschungsblickwinkel und habt vielleicht gar nicht die Idee, die jemand anders hat, der einfach sonst damit nichts zu tun hat. Und das finde ich dann immer, da sind so diverse Blickwinkel einfach klasse. Und da sollten wir dringend, dringend immer mal wieder über die Region, über dieses Land hinaus, über den Kontinent hinaus gucken. Ja, absolut. Man muss ja auch so ein bisschen da wachrütteln. Also ich mache bei mir mal die Beispiele von meinem eigenen Sohn, der mit neun Jahren also die maximale Erwartungshaltung hat, nur noch mit KI zu arbeiten, macht jetzt praktisch den ganzen Tag nichts anderes. Und das kommt ja auf die Unternehmen zu. Und für die ist das ganz natürlich dann. Das wird ganz, ganz natürlich sein. Muss nicht in der Forschung enden, sondern das ist einfach die Erwartungshaltung, die da ist. Und das ist ja auch irgendwie logisch. Und dann gibt es einen schönen Artikel in der Fortune jetzt auch, das JetGPT. Also da haben die ja eine Studie auch gemacht und belegt haben, das ist wirklich das meist unautorisierteste Tool, was mittlerweile schon eingesetzt wird in den Unternehmen. Und das muss ja einen wachrütteln, das kriegt man nicht raus. Und das kann man dementsprechend auch nicht verbieten, wenn das praktisch schon solche Dimensionen erreicht hat. Aber wie kläre ich meine Leute, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf und wie schaffe ich daraus auch Nutzen zu schlagen? Weil offensichtlich nutzen die Leute es, weil es ihnen irgendwie hilft oder sie erwarten sich etwas davon. Also ich habe ein ganz tolles Beispiel dazu jetzt gehört, wo ein Unternehmen gesagt hat, wir können gar nicht so viele Verbotsregeln aufstellen, weil das wächst immer mehr, sondern die haben jetzt einen Katalog gemacht mit Sachen, das dürft ihr machen. Und haben halt ein bisschen erklärt, was wir machen, das fand ich richtig cool. Weil du dann irgendwie einen Raum gibst, wo du sagst, das könnt ihr mal versuchen und das ist auch okay. Und ich habe auch ein super lustiges Beispiel, was ich großartig fand, von einem Unternehmer, der so ein eher kleineres Unternehmen hat, der gesagt hat, ganz ehrlich, ich muss ständig so Kondolenzbriefe schreiben, das fällt mir total schwer. Und jetzt mache ich das mit Chachibiti, ich formuliere es dann nochmal um natürlich, aber trotzdem ist das eine gute Grundlage. Und dann sagt sie, wieso sollte ich nicht meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlauben, das zu machen? Ja, absolut. Weil das hilft, also das steigert ja total die Zeit, in der man was anderes machen könnte. Und das, da finde ich auch, dann mach das doch. Ja, klar. Ich kriege auch immer so das, ich merke das auch und auch von den Gesprächen her selbst, und das will ich auch sagen, weil wir jetzt adressieren ja oft die kleinen, mittleren Unternehmen nach dem Motto, die sind, die trauen sich vielleicht gar nicht. Aber ich bin auch bei ganz großen Automotive-OMs in Deutschland unterwegs und die Reaktionen sind eigentlich immer die gleichen. Boah, ich habe gar nicht gewusst, dass das alles damit schon geht. Und das ist das eine. Und die zweite Reaktion ist immer, mein Gott, ich habe total viel für mich, für mein privates Umfeld gerade gelernt. Weil offensichtlich passiert ja gerade in den Kinderzimmern etwas und auch im privaten Umfeld, was ich auch nutzen kann und auch dort mich entlasten kann, was ich vielleicht auch in der Arbeit dann einsetzen kann, aber tatsächlich brauche ich das im Privaten noch viel mehr, diese Aufklärung darüber. Und ich bringe da mal das Beispiel, ich sage es, wenn ich noch mal heiraten müsste, oder muss es ja nicht mehr, ich bin glücklich verheiratet und hoffe, werde auch nicht mehr heiraten, aber eine Hochzeitsfeier planen mit diesen Tools. Mega. Das wäre natürlich der absolute Traum. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, was das alles mit dem Logo standardisieren, alles durch und dann, also ich werde schmerzbefreit meine Frau nicht. Das sind so Beispiele. Ich habe jetzt für meinen Sohn zum Beispiel, der hat jetzt einen Abschluss gemacht in der vierten Klasse, ein KI-generiertes T-Shirt für die Klasse. Es gibt ja nicht mehr 1A, B, C habe ich gelernt, sondern dann die Smiley-Klasse und dergleichen, was natürlich leichter ist für so ein Logo, für so eine Entwicklung. Also das macht dann Spaß, aber das sind ja schon so, man merkt es, es geht darum, einfach die KI zu nutzen und jetzt nicht unbedingt vielleicht gleich ein Auto zu entwickeln, sondern einfach mal kleine Cases zu machen, die man selber vielleicht im Privaten immer wieder nutzen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Zugang, gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen zu merken, es gibt so viele Prozesse, die man damit unterstützen kann. Und auch da, du sagtest es gerade so, es ist einfach nicht so, dass die kleinen und mittleren Unternehmen gar keinen Zugang hätten. Die machen das alle. Natürlich machen die das. Und die hören sich Podcasts an und die lesen sich die Sachen an. Die haben dann halt nicht das Riesenteam, aber die sind ja nicht, nur weil sie kleiner sind, nicht viel weniger smart. Und das weiß ich auch, dass du das so nicht meintest, aber ich finde das immer wieder toll, was man mit seinen Ressourcen eben auch unterschiedlich machen kann. Und das finde ich bei KI jetzt tatsächlich so, was wir eben hatten mit dem Roboter, dem zu sagen, nee, bitte zwei Zentimeter weiter nach links. Das ist ja auch eine Ermächtigungstool einfach. Absolut. Also das hat ja eine Möglichkeit, auch Dinge einfacher, stärker, besser für Menschen zu machen und sie zu unterstützen. Dabei einfach besser in dem zu sein, was sie selber sonst eh schauen können. Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir einfach mal das Thema beleuchten konnten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach auch einfach mal darüber sprechen, dass das allen jetzt momentan gleich geht. Und tatsächlich mit einer kleineren Organisation ist es leichter, das Thema gerade aufzuschließen, als mit einer großen, wo man viel mehr organisatorische Fragen klären muss, um KI in dem Maße und vom Generative AI ins Unternehmen reinzubekommen. Deswegen gibt es keinen Grund, gerade in OWL auf irgendwas zu warten. Es gibt ein tolles Netzwerk, es gibt tolle Forschungspartner, es gibt tolle Startups, mit denen man zusammenarbeiten kann. Also und es gibt auch tolle Weg, also Marktbegleiter oder eben ähnliche Unternehmen, die ähnliche Herausforderungen haben, die auch gerne dazu bereit sind, die Erfahrung auszutauschen. Also von daher bist du da auch eine der Schlittstellen dafür. Absolut immer melden einfach bei uns bei euch. Ist eigentlich egal, wir wissen immer, an wen man sich wenden kann. Schön, dass du da warst und ich hoffe, ihr habt die Folge auch genossen, dass wir einmal so wirklich gequatscht haben über das Netzwerk und tatsächlich auch über die Bedeutung für den Maschinenanlagenbau. Und ich freue mich auf die nächste Folge.